zu der allerersten folge in minecraft superhelden wir sind wieder am start ich bin so geistkrank halbaut das projekt schaut euch das mal an das die allererste folge ich bin jetzt gerade allein auf dem server von minecraft superhelden hier ist von deckt jose gejoint und hier ist auch verschwanden die friends in savi werden erstmals hier so bleiben weil der abgibt zugleich irgendwo retten zusammen partner tpn weiter mein partner ist einfach egal wo mein gott also wirklich jeder bekommt so einen partner auf den ersten tag dem man mit dem man dann den ganzen tag bei leben muss man auch von dem abhauen und aber ich habe dann plan mit egal der doch übers die lügen und übergeführte richtig gefordert so und ich finde angemachte man drücken das darf heute noch sehen und sich der der wird das noch bereuen aber freundlich über zeit lasst uns erst mal dies ab zu beginnen ich würde sagen von der alte also wir sehen uns gleich wieder wenn ich mein partner ab und uns der art mit dem rente tp und die mich geist kann von ich wünsche viel spaß dem projekt und ja freunde ist einfach zu krank alter viel spaß und dem projekt und bis gleich das bitte aus dass sie das von der ersten so viele leute auf dem server gehört euch das mal das aber zu klasse aus wir haben drei herzen rechts von sehen wir haben drei herzen ganz rechts und falls man von schwert oder punkt stirbt dann bekommt man automatisch minus ein herz und ab nur herzen wollen da wird man permanent gebannt vom server damit der fall aufpassen ich habe voll bock auf das projekt ich hoffe hier genauso und ja von ich bin übel zeitgleich schon alle die sind schon alles viele sind schon da ist schon direkt der nächste freunde der ich die jones den kenne ich auch gar nicht von der auch wirklich noch nie von dem game gehört gut die minecraft oder wieder auch immer als 9 ok die gleich beginnt das freunde daten wird gleich auch rankorn und wird uns alle random tp mit unserer partner ja von ich würde sagen dann bis gleich wenn wir uns gleich im partner sehen bis gleich mein partner kommt jetzt ich bin es aber mit george weil egal kommt einfach nicht online also ich check sich gar nicht da wäre ich sagen wir gehen mal korrig mit den jungs jungs wir folgen mich jetzt alle ok ein solches knopf drücken zwei eins go ok ok hey komm josh komm lass hier lass hier komm schon schön ok 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 hey josh war mir privat ja komm lass privat ich will nicht gekillt werden oder so das ist kann ja ja ich habe ein holz ja schneide schnell verabend schon mal im holz bruch also ich frau es dir geht das ich würde dich auch nicht angreifen der kila werde ich niemals killen wirklich also ich auch nicht ich war mir am meisten sogar mit dir und ihre und so wir haben beide spawner oder ja ich habe eine spawner du hast einen spawner da bitte ist ok ja da bitte ist das freunde sind im start drinnen es war schon ein sehr effektiver start von ihr habt glaube ich auch alles im video gesehen da mache ich stets und alles ja ich mach mal das ist kann ich das mal weg geben was machst du hier das ist gar nicht mal also die vertraue ich aber ich hoffe ja du könntest mein herz sowas von abziehen wenn du das machst ja glaube ich werde es gibt kann man kann ja auch zu zweit auf eingehen das muss man auch noch richtig spannend wir müssen erst mal ganz um jetzt gehen kommen weil ich kann mir vorstellen die werden alle hier unten sein wir werden ab umgehen kommen das am schlaussen der fand ich seht ganz also rechts in der mitte sich hier und dass meine drei herzen da sind weil ich jetzt sogar voll schön schade man die aus ja macht das mal durch deine sachen ich mache mir erstmal eine pickaxe kann soeben mir kurz an und für mich machen also eine reicht ja und dann in den crafting tab wieder wird nene ich gebe dir auch einen kommen dann ist das ist unnötig das ist auch nötig eine pick und dann brauchen wir direkt drei ab weil wenn du zwar das dreck zu holz wahrscheinlich ja komm ich habe genug wobei ist hier jemand in der nähe oder vor die jungs gegönnt euch mal diesen server der ist so voll das geist krank ja nicht ich würde sagen wir fahren zuerst mal hier stein tust wir sagen noch kein cut bis wir bis weiter gekommen sind troffen alter ok da gibt mir schon mal schicken müssen das ja alles jetzt gut ja ich habe nichts gemacht ich hab noch nichts gehofft weil die hier waren das war weiter weg wieder wir müssen noch uns neue ding suchen kommen wir müssen ganz weit weg ne das geist kann ich muss mir jetzt sachen ich habe ich habe die alle oh mein gott hat schwefft hast du stein hast du stein ja ja ich mach kurz mal geht mal ab jetzt mal kurz und ich glaube ich da wäre ok ich finde ich jetzt auch weg die julie ganz blind digga der könnte mich jetzt wirklich wegscheppern ich könnte ja wegscheppern aber marys nein ok ok das ist schon mal gut ok gib mir ein paar bisschen steine bo und wichtig dann würde ich sie jetzt auch keine tools machen um ehrlich zu sein digga dann würde ich sie jetzt einfach wegscheppern und so eine erste leben verloren das darf ich mal nicht ja mach mal war war gewalt schwert hier danke hast du vielleicht ja danke ja mach das macht das und ich muss erst mal essen fahren fahrne gleichwertig auch juju auch verlassen von weil das ding ist ich glaube es ihnen zwar dass er mich nicht killt aber man weiß nie von dass die pvp prägt und sie kann man theoretisch auf also die weg ist jetzt schon killen und das halt bis es kann das hier macht freunde und glaube ich sagen wie das mal mehr zu zack dem bau mal den baum ab die gar sich würde ein disco so ok ok freunde was hast du gesagt also ich werde definitiv ich kann jetzt schon mal sagen wo ich werde ist im safe gleich ein paar minuten dich verlassen müssen aus sicherheitsgründen ja ja dann war das schlau das dass ich ihnen das gesagt habe und er kann ich jetzt eigentlich wie sie und wobei eigentlich habe ich ein schwert hey was machst du wohl das ist ein bisschen riskant ich habe gar nicht damit also kannst du mich jetzt auch gründig ja ja denn du weißt ich bin eigentlich besser wie du in pipi jetzt also jetzt ist es jetzt macht hat es kein skill digger jetzt hat es einfach nur wer zuerst hittet digger wirklich ich würde sagen wir sehen uns ich war auch mal kurz ein cut ich war auch mal kurz ein cut freunde okay okay das ist ein eisen gefunden übelst geil ich baue das hier schon ab ja nehm du darfst mal auf sich also ich kann man ja locker sterne fließt alles kann es ist wenn ich habe halt das nicht an okay ist ja auch fließt gerade oder das ist ja nicht mal kohle mit wenn ich brauche ich hier diese boe ein bisschen ab sie sag ich ganz cool aus aber das ding ist weil wir müssen wirklich weit kommen wollte also full eisen muss ja ehrlich ich habe jetzt schon acht eisen für entsorgen wir haben jetzt uns überlegen soll jetzt kurz ankündigen was ja was willst du denn ankündigen also kurz sagen was wir gerade besprochen haben also ja also ich habe jetzt überlegt freunde dass wir jetzt bis die full eisens riecht geil eisen ja sag mal jetzt satz zu ende bruch ich will jetzt mal cut machen du musst ja ich habe so einen fetten eisen ding also ich habe jetzt überlegt freunde dass wir bis full eisen erstmal zusammenspielen werden und dann einfach gucken wie sich die lage so verhält also wahrscheinlich werden wir dann unseren eigenen weg gehen kann aber auch sein dass wir zusammenspielen werden keine ahnung vor allem wissen es nicht auf jeden fall erst mal bis eisen hätte ich jetzt eh gedacht dass wir das zusammen auswählen macht alleine weiter wenn euer partner da ist ja nicht das jetzt aufgeben ja ja okay ich habe jetzt schon 17 1 mein gott wir haben schon die hast egal so dass das für grinder ich merke schon also die specs wirklich ernst wir müssen wir müssen ja wir müssen das fleißen fahren wo also wir am besten sagen wir sagen gut hier oben weil von frage von weg man bekommt am meisten von bergen ja ich habe ja gesagt wieder viel und dann noch die ganze kohle mitnehmen damit schmelzen können also zumindest das muss wirklich beide fleißen ich habe jetzt schon ich habe schon eine genaue frühe rüstung 24 haben jetzt um 20 15 angefangen ungefähr 21 15 gehen müssen auch auf weil dann eine stunde pläte am ober ist und ich merke schon von die ersten ja schon fuhr dir mein gott der hat 20 dias pro btf wirklich jetzt ja 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 gut von dann würde ich sagen macht kein card wir fahren erst mal ein bisschen und wir sehen uns gleich wieder die bau uns gerade runter von die wir haben so einen berg von oben und die bau uns gerade runter und ich bin gerade tut und gott habe ich aber gestimmt und ja von also die könnte richtig finden dass der übelst krass weil wir dann vielleicht wenig finden würden und ob es darf das eigentlich übelst krass und ja von ich will sagen wir baut erst mal schön runter aber das ist jetzt ein programm ecky darf ich mich mit anderen verbinden aus und dort so programm ecky wo mein gott der bühne ist also bin es ist erlaubt zusammen bei uns weiter unter freund ich hoffe ich bin irgendwas tolles und ja bis gleich freunde ich bin jetzt eigentlich bei der richtigen kurz dass wir sind bei minus 50 oder sogar noch tiefer aber leider finden wir wirklich grad gar nichts also wir haben ich hoffe dass wir sind sie richtung so wissen dass wir vielleicht eine finde oder eine chance haben und vielleicht schaut sich mal dass ich ja gar kein schimmer dem chat der meinte und alles sei das gelbe verstehe ich weiß die afriest mit mir pro das morgens treffen irgendwo ok und platziert ein spanner noch nicht habe eine idee ok ok ich habe mich gestimmt ich habe mich gestimmt das bedeutet er kann nicht also allerdings kann ich nicht hören so ich füße mal was ich habe gekackt ok ich habe geflüstert freunde hast du was gefunden ich habe mich die krasse idee ja ok ok noch mal weiter weil das wirklich egal wie oft der mich ein der hat mich jede sekunde schon bis jetzt eingeladen der hat mich so von dem werde ich mit ansagen den ersten herz ab also wirklich das ja so ein nervenzige ich werde mein eigenes leben riskieren dass ich den klatschen die hast die hast du es kommt die hast du mein gott ich habe keine eisendings ne hast du ja eine kraft oh mein gott ich könnte ich könnte gerade vor den 31 machen und die die erst klauen aber das selbst ist wirklich gottlos also wenn ich das machen würde das sind so gottlos aber die ersten die erst haben wir schon mal nach nach 20 minuten ungefähr da hat ein bisschen gedauert aber klar von die wenn die ganze zeit im kurs ein bisschen quatschen und so ich würde sagen ich kann nicht von mir ich kann nicht vor irgendjemanden Ich glaub ne Achterquelle. Ja, ich glaub auch. Ja, safe ne Achterquelle. Vielleicht hier oben? Wenn es hier noch ist, dann fällst du ein Besen. Du hast einen Katz? Nee, nee. Dann machen wir gleich nochmal einen Katz, wegen... Ich muss mal kurz mit dir sprechen, oder? Nee, hier ist nichts mehr. Ich glaub ne Achterquelle war's, Digga. Okay, Ender? Kann ich jetzt abhauen? Wir morgen besprechen. Digga, warum kannst du... Hä, ich kann nicht flüstern, Digga, bitte helfen. Okay, Ender, ich mach mir mal ganz kurz etwas. Das besprechen. Auf jeden Fall, das war... Ich hab mir jetzt ne Eisenbrücke. Ender, ich mach dir vielleicht gleich auch eine. Ja, mach mal. Da. Freunde, also wirklich... Also... Rechts in der Mitte könnt ihr die drei Herzen sehen, Freunde. Falls man wirklich von Schwert oder so gekillt wird oder von Bogen, dann bekommt man automatisch eine. Aber wenn man z.B. mit Axt killst, dann bekommt man kein Herz. Also dann flieh man kein Herz. Das hast du extra so gemacht? Cool. Das ist auch spannend so. Also mit Bogen oder halt mit Schwert. Extra haben wir das so gemacht, Freunde, weil damit es spannender bleibt. Ja, kann Inja noch Clan joinen. Ist gut in PP plus wir haben vier Spawner dann. Ähm, hab ich... Er hat was geschrieben? Das weiß ich nicht. Ich weiß wer. Da kann es mal ganz kurz kappt gehen. Okay, okay. Freunde, ja mach mal ein Bucket, mach mal ein Bucket. Und gib mir alles an. Ja, nimm mal hier die Diefel. Okay, okay. Okay, gut, Digga. Dann, Ender, würde ich sagen, machen wir uns jetzt. Wichtig, ich mach dir auch kurz zu einmaliger. Soll ich einfach da gar nichts zu sehen? Dann müssen wir mal kurz kurz gucken, ob wir hier irgendwo, hier sind ja hundertprozentig noch DIAs wirklich. Wenn hier kein DIA ist, der... Hier bekommen... Ender, es ist auch friedlich, oder? Ja, wieso? Wundertpro. Ich glaub, ich hab Angst, DIA in Ordnung. Ich auch nicht okay... Ich habe Angst, dass ich nicht so... Ich habe Angst, dass ich nicht so... Ich habe Angst, dass sich die Gürfsteigern haben, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020